Sie hat ja das Backend, weißt du was ich meine? Sie kann ja einfach nach einer Unit sagen, okay ist ausverkauft. Wer kauft sich 30€ Badewasser? Hat auch einer Troll gepostet auf Reddit. Typ durch Badewasser trinken ins Krankenhaus eingeliefert worden. Aber das war nur ein Troll leider auf Twitter. Leider. Ich hätt's lustig gefunden, bin ich ehrlich. Cover, Cover, Cover. Top zu Bot, Top zu Bot. Ich würd gern Top-Stomp-Ball. Wir machen Bot-Lay, machen wir den Chilligen-Kutscher. Aber wir killen die einfach trotzdem. Ich starte auf jeden Fall... Ach so, wir spielen das jetzt wirklich mit Sola, bitte. Ja, ja. Ich kann das Match-Up echt nicht gut einschätzen. Ich kick jetzt hin. Aber gegen Zed quasi... Also das Ding ist, seinen Shadow, wenn er den setzt, ne? Hat zum Early in den 10 hohen Coo-Down. Das heißt, wer den raus hat... Ja, ich weiß, wie Zed funktioniert. Ich weiß nicht, wie das Match-Up so... Ja, ich dachte, ich sag das nicht. Machschuriken werfen. Machschuriken. Ist Zed dieser Champion, der über die Wände hüpft und... Aber pass auf, der ist sehr mana-abhängig. Also da hast du gute Chancen. Wenn er sich mit seiner E trifft, dann verringert sich der Kunde auf seiner Wehe. Also mal aufpassen, ne? Wirklich? Ja. Mein Blower. Ey guck mal hier, hier ist so ein kleines Poro-Vieh. Und wenn er mehrere Leute mit seinen Fähigkeiten trifft, kriegt er Energie wieder. Seit wann ist hier so ein Poro-Vieh? Warte mal, invaden die uns hier gerade, Kutscher? Ja, das ist ein Poro-Vort. Der Pike ist hier, ne? Ihr müsst pullen, ne? Kommt zum Red auf den. Das ist ein Schrecker, aber das ist kein Poro. Kates, der hat wahrscheinlich Arcade-Dings an. Achso. Hab ich schon ausgeschaltet. Hab das auch ausgeschaltet. Kann man sich die Melee von den Caster unterscheiden, dann? Ah, ich muss halt jetzt auch ausschalten, aber ich weiß nicht genau, wo. Ja, eh, Video. Äh, ja, direkt Video, ja. Ne Game, oder? Ne Video. Danke. Oh shit. Ey, ich bin gefreezed. So, du läufst gerade in die Gegner rein? Ja. Da hab ich vielleicht nicht ganz drüber nachgedacht, dass das dann kurz leckt. Hättest du auch einfach sagen können, aber ich dachte mir, das würde ich schon nicht machen. Oh, oh. Hat CJ-Bot gestartet, oder? Top, 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 top. Top, top. Na, macht viel Schaden. Schade. Schade. Alter. Alter. Alter, was ist denn da für ein Skin? Ach so. Ist ja unangenehm. Bye, bye, it's a... Alter, ist nicht Turret Range. Das ist bitter hier. Ja, der Pyke could roam, actually. Kannst du erkennen, ob das Mantra ist oder nicht? Ja. Das muss man in den TFC nicht. Ist ein bisschen dumm. Fijani hier. Ich hab Push Pressure gerade. Wir nicht, finde ich. Ich könnte jetzt mal anfangen hier mit ein paar E's, wenn du Bock hast. Was ist CJ-Botzeit hier, oder? Ja, ja, CJ-Botzeit. Ja, ja, CJ-Botzeit. Ja, 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 CJ-Botzeit. Buh, sick. Gehen wir Enemy Golems holen für XP. Okay. Ich dachte für Gold, aber... Ist okay. Ja, für Style. Kann sein, dass CJ in der Mitte ist. Er spielt gerade auf jeden Fall deutlich aggressiver als davor. Ja, die würde irgendwo botzelt sein. Wahrscheinlich Krabbe jetzt machen. Ich kann ja reinbett das halt, warum macht. Z ist miss, Z ist miss. Das ist schon alles. Letztes mal, es ist Dejanis Mitte. Geht, ist wieder da. Kann jetzt kommen. Ich hab's interrupted einmal. Go. Junge, was macht er? Was ist das, oder? Ich hab jetzt gar nicht erwartet, ob wir den einfach killen. Ups. Ah, der ist halt eh. Ja, gut. Der ist CJ hinter uns. Ja, wir haben auch hier. Ich lass nie mehr recallen. Geht sie recallen lassen? Ja. Aber der Sound ist buggy, ne? Die kann trotzdem noch nicht sagen, oder? Ich bin jetzt auch noch hier so. Bin mir da nie so sicher, ob das jetzt... Aber ich hab auch ein Exhaust dabei so. Immer wurden. So bei diesem Moment, wo 80 Season Go machen, ne? Upsi. Jani wird hauptsächlich am Boden jetzt. Ich glaube, ich verliere 2v2. Die werden mich one-shot. Ich glaube, Mitte in Mitte können wir ganken. Also wenn du auf die Sunk hast, den Q-Trust ist halt sie nicht safe tot. Okay. Over. Er pusht jetzt rein. Wann hast du wieder A? Fünf. Geh mal eben die Chimes da einsammeln. Jo. Ab jetzt. Ich hab ja schon mal eine Exhaust-Flat-Rate hier. Ja, ich resette. Jo. Ich nehm mal die beiden Dinger hier, ne? Ossi Jani's topside? Gerade? Ich hab gerade, glaube ich, die Passive gehört auf 4. Der Fakt ist einfach. Hör mal das. Bei TFT raus. Wollen wir das durchpushen und recall? Ich hab auch noch 200 für das Chapter. Ich weiß nicht, ob das so der Timing ist. Wollen wir noch eine Wave, denk ich. Ja. Das war dann so. Aber der nämlich schlecht Diven oder so. Jani. Ein bisschen, wo der Jani war? Äh. Immer noch Zauber. Wahrscheinlich. 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 Äh. Jinkens meine ich. Oh die Dive top. Wotrfuck. Hat ich's getroffen? Hat ich's getroffen? Ja, auch hast du nicht getroffen. Aber komm. Ich hab auch hier. Kann runter mit Komm zu euch. Ich komm zu euch. Ich komm zu euch. Ich komm zu euch. Nice. Oh, wo ging der denn hin? Nice. War ja wunderschön hier. Der hat das Level 6 jetzt. Musst du aufpassen. Musst du grad ziemlich viel XP. Ah, scheiße. Hab ich noch. Ich nicht. Wollen wir das auch 6? Na, ich würd durchpushen und brazen. Oh my god. Ich kann die kommen zu dir, wenn du willst. Ja, top size. Keine nach Solo und pusht einfach. Ein Flash mein ich. Die TP'n. Kevin? Bitte? Hat top Flash? Ja, aber können wir töten theoretisch. Können wir das Diven? Nee. Oh, sorry. Außer du machst das schon mit der Gold Cut. Ja, können wir nix machen, ne? Na, ne. Dann chillen wir noch. Ne, Joannis topside. Reset nochmal. Ja, gut Job Kutschi. Das läuft ja gut. Dafür, dass ich, äh. Aber ich mein, jeder eh. Die TP ist jetzt einfach ein Kill, oder? Weil du hast ja richtig Damage am Start, ja. Bad Early Game hab ich noch nie gesehen. Also ich hab jetzt nicht mehr wirklich viel Pressure in der Mitte. Ja. Dadurch, dass dir damit gestartet ist, würd ich eine Klo für Armor reinbauen vorher. Ja, ja. Mach ich auch gleich. Zumindest ich kann jetzt halt keine Karten mehr auf der Lane usen, so. Wenn ich irgendeine Karte aufkühlen hab, ult der mich instant. Ja. Ich stell hier pink, ne? Hm. Sofort. Ja, ja. Verpasst ein paar Minions aus. Bin jetzt sechs. Wir könnten Mitte was versuchen. Ja, hier? Nein. Oh, ich ne, ist das gekriegt. Mein Outtick durchgekommen. Ich dachte, der hat den gecancelt. Nice. Ich hab Ult. Wollen wir Bot was probieren? Oder Top? Top ist reingepusht, ne? Der Bot hat keinen Flash auf Pyke. Und eigentlich dürften die generell kommen, Samson. Ich glaub, Top ist besser, oder, Kevin? Oder die Europa, oder? Warte, 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 warte. Bisschen viele CS gerade, ne? Also dem DX halt. Schau rüber, schau rüber. Bin noch nicht in Range. Bin noch nicht in Range Bot. Habt ihr, oder? Ich hab noch keinen Q. Ich smurf komplett, Alter. Hab ich noch? Ah, hier läuft die ohne mich, ne? Hier wart die Seju. Oh, really? Oh, what? Seju kommt ihr Spot, ist Level 6. Äh, komm ich nicht ran. Die ist jetzt am Blue Bar. Oh, das ist cool, Alter. Set ist auch Mist, set ist auch Mist. Passt auf. Set könnte es solchen. Kann sein, dass Set bei mir ist, ne? Okay, never mind. Wird keiner mit. Ich nehm auch nen Turut Plattern gehe ich erst Base. Wo ist die Seju? Die war beim Blue. Die ist am Blue. Die ist am Blue. Aber der will eh nicht killen. Kann hier rüber? Ah, das ist fein, glaub ich. Das war sexy. Hast du Blue Card? Ich hab Stunk Card Raiden. Äh, Stunk Card? Ja, hab ich. Ah. Dann spielt super safe. Garni Bot. Alter, hab ich den weggesmurfed. Chastet dich? Ja, aber der kann mich nicht killen. Aber gut. Ah, wenn ich den Q noch dodge und der nicht Aftershock hat, one shotte ich den. Ja, gleich kick wieder ab. Der soll jetzt auch wieder Ult haben. Oder Mitte. Komm Mitte. Ah, shit. Sorry. Der hat auch geflasht, oder? Dachte... Nein, glaub nicht. Ich dachte, ich kann vor seinem Shadows dann, my bad. Aber close. Du hast wieder Ult Kuchy, ne? So. Ich hab Stopwatch und 20. Ich hab Exhaust Ready. Vielleicht kann ich ihn beenden. Na, ich bin tot. Was ist da, leider? Hier ist ein Pike. Du hast keine CP, ne? Ne, ich hab Ult. Hast du eh drauf? Ja. Na, das können wir nicht 2v2 spielen da oben, oder? Doch. Ich glaub schon. Ich hab keine CT ult. Ich hab ein 8 Ult. Ich muss bis zum Init muss ich laufen, dann bin ich in Range. Ich versuch die zu baiten. Ich wusste nicht, ob wenn der Eid runter liegt, die instant flashen kann und er nicht getroffen wird. Das ist auch unendlich. Ich bin auch nicht in Range. Oh. Ich glaub ich ging raus, ne? Ja, ja. Oh, ist okay. Ich dachte, ich könnte die wieder in Turret kicken. Aber sie drop direkt gecued, als ich walljumpen wollte. Z ist jetzt wieder miss, hat kein ult. Kein Ignite. Mitte hat Drack Tarly. Ich würde resetten, hier 1800 Gold. Hinted. Gern mal 1. Ist ein Schiss. Ich hab in 10 wieder E. Ich hab 20 Ult. Oh, können wir eigentlich fast nochmal spielen, ne? Wobei mit E sollte ich raus. Ich hab 3 Sekunden E. Das ist wieder miss grade. Ah, da geh ich raus. Könnten baiten. Ja, der könnte runter movement, der Z. Oh, schade. Man, man, man. Bisschen mehr Range, ne? Zwei Kits mehr. Der hat keinen Shadow gerade. Komm, Tim gleich? Ich kann runter holten. Ich werde halt hardcore gesnobelt jetzt. Krise. Oh shit. Ab jetzt. Komm, ich komm, ich komm. Oh mein Gott. Move auch. Also ich bin schon harter Smurf. Alter, du bist halt komplett insane. Zwei. Ne, komm ich nicht ran. Nice. Alter, oh shit Kutscher, da war ja komplett mindblown. Ja. Das hat Ult. Der wird Platings nehmen. Ah. Kannst du mit mir move'n, Kutscher? So. Ah, oder? Lass einfach den Draken nehmen. Ne, kannst bitte move'n. Naja, der kann mich all in alleine, das ist vor ihm. Okay. Komm mal. Da ist noch ne Journey, wenn du irgendwie kommst. Äh, Z ist miss. Z ist miss. Z ist muss. Z ist muss. Da bin ich ein bisschen schlecht durchdacht. Meinst du, wir können doch noch was noch nicht kommen? Der ist kommt gar nicht, oder? Ne, ne, kommen wir nicht. Scheiße. Ach, schade, ey. Wir können Topster Jungle theoretisch nehmen, ne, wenn du willst. Weil, ich werde jetzt weiter trotzdem mit einer Potzeit spielen. Ja, wir lassen unten in Tommy und dann swapen. Wir kriegen den, denke ich schon. Du kannst auch Blu nehmen. Ne, ich glaube, Solar braucht den auch nicht. Ne, 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 brauche ich nicht. Also, wir haben jetzt Turm. Wir, wir swappen dann. Okay. Sollen wir Wave komplett crashen lassen? Gerne. Äh. Ach man. Ach man. Aua. Oh mein Gott. Es ist einfach als würdig. Ruf auch zu euch, Rotor. Ja. 50 Ult. Komm mal. Alter, ohne Scheiß-Kutscher, ne? Läuft das hier unten immer so? Natürlich. Das ist ja komplett sicherlich. Was soll das jetzt? Ein, ganz ehrlich. Ich könnte auch einfach ein Bot sein. Ich habe nicht mal Assist für die beiden Kids bekommen, weil ich nichts getan habe. Komm bitte. Nein, der hat Ult. Ich komme Top, Kevin. Achso, aus der Base. Ja, der hat den Pinko. Ich wurde leider durchgepusht. Ich habe eine Wave, habe ich Triforce. Ach scheiße. Ich weiß nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das könnte Top-Moopen. Ich habe einen 15 Ult. Wir könnten dreimal Top bauen. Wer den Gage? Ruf zu dir. Alles gemisst. Deren Bot-Lane ist Mid-Lane. Seht ihr hier? Ich komme. Ich komme. Ich muss Base, dann kann ich ulten. Ich kann nicht überleben, bis du da bist. Gucken. Move aber auch. Nice. Kann es ja doch überleben, mein Junge. Kann ich weglaufe. Das stimmt. Was hat denn der Code for Triforce, ne? Ja, ja, ja. Ich bin jetzt in Wim. Ein Slash, glaube ich noch. Ich gehe mal roll, dass ich ihn sehe. Ach, da oben ist er. Der man meint. Ja, kein TP, kein TP. Kann es pushen. Jo. Brauchst du mich in Pike? Ne, ne? Good job. Lass mal die Vision holen. Können wir oben für den Turm gehen, Kutcher? Ja. Wenn der... Oh, move zu dir. Oh, never mind. Du hast ja nichts Sinn darum. Du setzt also noch keine Holtern. Nice. So, ich habe einfach ziemlich auf dem Map gesehen und dachte, der Z geht dich. Not even close. Jax ist nicht hier oben angekommen. Ach doch jetzt. Ja, ich sehe das erstmal den Tower. Hallo. Wave kommt. Können den Turm nehmen. Ich kann den Solo nehmen. Ihr könnt irgendwo anders nehmen. I don't mind. Wir haben Midlane, ne? EJ ist Mitte gewesen. Aber wir können Jax vielleicht, wenn der dumm steht. Oh ja, doch. EJ move topside. EJ move topside. Ja, ne lass nicht. Ne, ne. Lass halt nicht spielen. Der Jax ist ziemlich strong und die Sejo auch. Für die da raus. EJ. 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 Können wir noch nehmen, oder? Ich glaube, ich geh auch echt super low, ich hab 2k Gold. Boah, die gehen alle Amor, ne? Scheiße, ich geh da bei Magic Ben, ja. Ich hab ja Kutcher. Die kann quasi offiziell nicht sterben, wenn ich nicht dumm bin. Die Botlane ist auch erst 1,13. Ja, die haben Spaß. Sorry mal, ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, ich hab ja das Game gecast, wo die das gespielt haben. Es ist halt einfach, die Gegner denken sich halt einfach nur so, hä? Woher? Ja, wir haben halt irgendwie bis Level 5 oder so nur Gefahr. Dann hab ich den ersten E getroffen, dann haben wir fast aus Versehen den Pike gekillt. Das ist halt so viel Damage aus dem Nichts, da. Achtung, meinen Ballon würd ich gerne nehmen. Achso, war Zoe, oder was? Ich wär gar nicht dran gedacht. Das musst du mir jedes Mal, wenn du Zoe spielst, 9 sagen. Ich dachte, Achtung reicht. Oh shit. Kannst du gegen den Set gehen? Wahrscheinlich, easy, oder? Ja, ja. Die haben Harrod geplaced. Kein Abo noch. Ja, das nach oben verschieben. Ähm, Tim Drew hält's Mitte. Aber wenn ich lieber Crossmap ulti... Nee, 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 nicht gegen, nicht gegen. Nee, die haben halt Harrod, dann krieg ich vielleicht zwei Turtles, ne? Na, ok, stimmt. Seju ist topside, Seju ist topside. Oh, die self Mitte? So, da gucken wir wegen Ult. Komm Mitte. Die sind beide noch oben. Wir können Mitte gleich überzeilen. Wie sind solche Smurfs, Kocha? Wie sind solche Smurfs, Kocha? Übel, Alter. Ich komm hier, ich komm hier. Oh, scheiße. Ach, Juge. Wo ist er hin? Ah, die ulti war scheiße. Nö. Ja, das war kacke, sorry. Ich dachte, wir können da was machen. Geht vielleicht noch? Jacks ist fett, denkt man. Das war nicht so smart. Ah, ich hab schon wieder 60er fährst in dem Fighter-Laden. Ja, wir hätten das nicht spielen sollen. Wären eigentlich fallen gewesen. Ja, ja. Woll, was macht er denn da? Oh, scheiße. Wo ging der denn? Oh, der hast du nicht gekickt? Nö. Ach, come on, Alter. Der war wach. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir sollten nicht versuchen, 5 gegen 5 zu fassen. Ja, das war jetzt nicht wirklich 5 gegen 5. Ja, ne, aber am Ende, das wäre eher mal so ein, ja, der eine geht noch kurz ein bisschen. Ah, aber ich meine, wir brauchen nicht einfach für random Fights gehen, das will ich sagen. Ja, da sind wir prinzipiell. Jeder lunzt mal ein bisschen in seine Ulti rein. Ach, scheiße. Was passiert? Fair learning by doing. In den Jacks 3-Ulten war nicht so ein guter Plan, das gebe ich zu. Wir haben es eigentlich geschafft zu disengagen sogar. Aber ist egal. Scheiße. Scheiße, wenn ich denn jeder auf den Jacks treffe, ist das so ein dicker Shutdown. Ne, der ist gar kein Shutdown wert, oder was? Oh, da sieht man das nur nicht mehr. Sollte man sehen, ja. Also der, der, also der, ne. Kann ich jetzt nur nicht akzeptieren. Da steht da so 402. Ich würde gerne Blacklipper holen, nachdem ich Rapper aufnehme. Ich würde gerne Blacklipper holen, nachdem ich Rapper aufnehme. Du willst BASen? Ja. Ja, ja, ich brauche Blacklipper. Ich hab Feierkarten 700 ready. Ich kann Top-True Def-Def hunden. Oh, wobei, weil dann kann ich sogar noch einen Pink mitnehmen, wenn ich die hier noch eben mitnehme. Nash ist jetzt ab. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob die Krabbe dann kommt. Krabbe dann. Seht, du war eben schon bei Topside. Der Z kann mich halt oben diven, glaube ich. Ist ja nicht straight. Soll'n TF Side-Packen? Ja, aber ich weiß nicht, ob Soda das mit den Items fighten kann. Ja, muss ja nur halten. Überleben kann ich, ja. Also mit denen, ich mein, er baut ja quasi für den. Also gegenseitig kann ich auf jeden Fall... Achso, Leute, ich hab die Ninja-Tobbies nicht gesehen, aber meint. So, du hast grad keine Arme. Oh, weird, dass der Drake bis jetzt noch kein Item gedroppt hat. Nee, das ist merkwürdig. Danke, Jungs. Kein Ding. Soll'n weiter für Vision gehen, dann könnt' ich das machen. Ja, lasst einfach eins rein spielen, so. Wir können den Top End sogar holen. Ich glaub, wir sollten generell von Soda wegspielen und so, da kommt der Zweifer noch dazu. Wieder super safe. Gut schon, ich sit halt mega strong. Kommen wir zu uns, Tim. Ja. Wir können halt mit Bardult und Zoe eh, haben wir so viele Random-Engage-Möglichkeiten. Hier der Dings. Oh, der ist gebabbelt. Komm ich nicht ran. That moved to euch. Shit, ey. Close shit. Ich hab nur noch... Spyshot. Hier ist topside, hier ist gepinkt. Ich kann jetzt nicht mehr raus aus dem Turret, Mensch. Ich chase die Cowan. Ich brauche halt irgendwas gegen Jax. Äh, der macht jetzt da langsam. Er ist ein bisschen müde, der Junge. Komm wieder hinterher? Könnt ihr vielleicht noch abholen kurz. Ja, probier du mal. Lass dir mal hierbleiben, sonst machen die Nash. Ja, ich wipp ihn mal. Der TP'd weg. Oh, der TP'd actually. Oh, ist fein für uns. Oh shit. Oh, ich kann bitte direkt wieder kommen. Wohin noch ein bisschen. 20 Sekunden. Die Ulti. Die war wieder ein bisschen deep, die Ulti, ne? Bin gleich da, bin gleich da. Ist glaub ich fein. Oh, geht, geht, geht. That is done. Boah, geiler Stunt, Alter. Ja. Ne Z, ne Z, ne Z. Pass auf Tim, du bist slow. Ja. Kam er irgendwo noch hier oder so. Oh mein, schluss da. Ohhhh. Ja. Da kommt noch gleich ein Jax. Passt auf, da. Ja, mein Exhaust hat leider ein bisschen cool an sich. Durch das sehen können. Ich hab jetzt feiert können. Ja, okay. Wir müssen jetzt irgendwas für den Jax, müssen wir uns überlegen. Ne? Der kann nicht easy tower dive inzwischen, ne? Jo. Ich glaub wir müssen Mitte einfach zu Schritt vor Osten so. Wir, wir hatten hier nen richtigen Play. Wir haben halt nur die, die Bardo hat er gedodged. Und wir konnten halt auf den, auf die Bubble nicht connecten. Drake ist in 20, den würde ich jetzt auch cool noch nehmen. Aber an sich ist das der, der richtige Play. Braucht nur nen Darren Ward. Dann geh ich mal nicht top gerade. Warum baut der Pike nicht Spear auf Shoujin? Bleibst du auf, äh, Ward, äh, Johnny? Dann geh ich auf Blue Sweeper. Ja, ja. Auf Blue Trinket. Was ist das weg, der Bild, Alter? Über diese Billow-Witze, die so jeder im Twitch schon 80 Mal gemacht wird. Richtig schimmelig, ja, ja. Deswegen lach ich so. Gleiches Drake, ne? Lass mal gucken, ob wir hier nicht in Engage finden. Können wir hier sein? Können wir hier sein? Chogart könnte jetzt schon, äh, Chogart. Sejani könnte schon drin sein. Wir rushen den. Untenrum raus. Untenrum raus. Nice. 3-3. Was hält hier meine Maus auf? Oh. Da hat er grad ein Pinkwort gestellt. Oh, die... Ne, sehr, sehr AD Heavy, ne? Die haben nur... Ne, die können... Also, die haben guten Damage, aber die wollen uns auf jeden Fall Trap. Keine CS für mich, schade. Haben wir Blue Trinket schon? Ne, ne? Ne. Die Trap hat leider ziemlich gut. Oh, nice. Ja. Pink hier rein. Der Bolt ready. Will nochmal kurz resetten. Ich hab Dings ready. Push Mitte raus. Jetzt sind wir noch Pink wahrscheinlich. Ja, dann werden wir ja Top Tier 1 verlieren, aber ist okay. Ja. Oh, pass auf. Okay. Bin nah. Aber da war ich. Wir können nicht, wir können nicht. Holy shit. Dann... Ja. Weil ich ein Item aufsammeln. Das war nicht so smart. Alles klar, die könnten jetzt Nash dann vielleicht. Ich hab Ult ready. Ich komm mit dir. Ich hab noch Ult, ich hab noch Ult. Ich hab noch Ult. Der Set hat keine Ult. Schnaß dann. Nice. Stun in 2. Stun is ready. Jax kommt von hier oben, ne? Ihr müsst nach unten Peer. Nach unten, nach unten. Hier in Peer. Schönes Ding. Ach, schade. Können wir... Gezaltekunst dann, wenn du hier kannst. Move, ich move, ich move. Nice. Wir können Nash, wir können Nash. Nash, 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 Nash. Sehr schön. So, Kutschak, kannst du die... Ich werd die abhalten. Ja. Fuck der einfach ab. Ah, ist die Weg abgeschnitten. Ganz stark, Tim. Ah, kill secured. Nein, die leben aber alle. Wir brauchen relativ lange, ne? Ja, die Seju behalte ich weg. Wobei Seju ist nicht da. Fuck die einfach nur ab. Paik hat kein Ehre. Overchasing. Wird schon jetzt? Ich hab' nicht ¿hier? Aber mein reicht reicht reicht. Ja, Reset. Einfach nur Teamfighter. Einfach nur Teamfighter. Ich guck direkt mit euch. Ja, ich... Der nimmt noch. Wir können halt super nach hinten ... mit unserer kommt. Ja, und jetzt stell' mal vor, ich ... Ich hab' vorher nicht gesiedet. Dann haben wir einfach 130 AP mehr als Jonny. Ja, ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Ja, ich hab' nichts. Will das ready? Okay, Alpha groupen und dann let's go. Kann sein, dass irgendwas trappen, müssen wir aufpassen. Bart holt, Zoe, E, wir haben gute Engages. Ja, muss doch gucken, dass er ein wenig in seinen E-Ballast ist. Ja sicher. Wenn das wäre, kann dann wir, Tim. G8. Kann ich dir bubble? Wollen wir bot lane gehen? Bot lane haben einen guten Slowpush. Ja, lass aber hier rüber gehen. Das ist hier richtig cocky. Ist frisch geworden? Oh, ich rieche hier noch ne Färte. Ja, das ist so gut, ne? Wenn du gute Laune hast, ist es hier noch anstrengender mit dir zu spielen. Was? Junge, ist das irgendwie immer anstrengend? Ja, du bist einfach anstrengender. Das wäre mein Traum. Lass dir nix sagen, Tim. Okay, alles klar. Da oben? Da oben? Da wer ran? Oh, da oben. Eieiei. Ja, die ist ein bisschen gelaufen. Ein bisschen weit. Wir sind immer noch hier. C-Juan hier. C-Juan hier. C-Juan hier. Der raus. Ich hab den Jax. C-Ju kommt, C-Ju kommt. C-Ju kommt, C-Ju kommt. 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 C-Ju kommt von der Seite. C-Ju kommt. 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 Spielerplaner! Ihr zu werden, Junge, gegankt zu werden, Counter-Match-Up-Storm und AFK zu sein, Junge. Alter, bin ich ne Maschine in dem Spiel. Ich hab 25 Sticks, falls doch gerade, Alter. Okay. Tim, wir müssen mal duo-cue, denn wir sind gar nicht so schlecht in dem Spiel. Ne, wir sind echt gar nicht mal so kacke, ne? Ich verletze jetzt meine Gefühle ein bisschen, aber ist in Ordnung. Cool. Eiche. GG. Schön. Wunderbar! Das war Nummer 1. Handicap, folgst du gleich. Ehrlich?